So, dann starten wir mit der Pressekonferenz nach unserem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Beide Trainer sind hier auf dem Podium. Ich darf direkt zu Beginn Edin Terzic um sein Statement zum Spiel bitten. Guten Abend zusammen. Als allererstes Glückwunsch an den VfB für den verdienten Sieg und den Einzug in die nächste Runde. Ein sehr enttäuschender Tag für uns, nicht nur von dem Ergebnis, sondern besonders von der Leistung und natürlich dann am Ende auch mit den vier Verletzten, haben wir uns anders vorgestellt. Aber hier haben wir uns leider nicht verdient, in die nächste Runde einzuziehen. Vielen Dank. Wir machen mit Sebastian Hönes weiter. Ja, danke für die Glückwünsche. Ich mache es genauso kurz. Wir sind super happy, richtig stolz auf die Leistung und natürlich auch eine Runde weiterzukommen. Ich glaube, dass hier sehr viele Menschen richtig glücklich auch nach Hause fahren heute, weil sie zumindest natürlich, wenn sie es mit dem VfB gut meinen, heute eine Mannschaft gesehen hat, die unglaublich zusammen gefeitet hat, gut kombiniert hat, viele Sachen gezeigt hat, die wir uns erhofft haben, die wir uns vorgenommen haben. Und ich glaube, so ist es dann am Ende ein verdienter Sieg und verdient, dass wir eine Runde weiterkommen. Und das macht uns richtig happy. Vielen Dank, Sebastian. Wir kommen zu Ihren euren Fragen mit dem kurzen Handzeichen, dass wir die Mikros reichen können. Felix Arnold ganz hinten im Stehen. Ja, hallo, Herr Hönes. Glückwunsch zum Sieg. Dennis Underf hat nach dem Spiel bei den Kollegen vom TV gesagt, dass er sich für die deutsche Nationalmannschaft jetzt entschieden hat, vor den Augen des Bundestrainers. Zum einen wussten Sie davon, waren Sie da in seine Entscheidungsfindung auch mit einbezogen? Und wie sehen Sie denn seine Leistung heute vor den Augen von Julian Nagelsmann? Ja, zur ersten Frage ja. Ja, ich wusste es. Ja, ich finde, dass er eine gute Leistung gezeigt hat, wie viele heute auf dem Platz. Ich glaube, dass wir gerade in der ersten Halbzeit sogar hätten die eine oder andere Situation besser ausspielen müssen. Ich glaube auch, er war in einer Situation beteiligt, wo er vielleicht quer spielen kann. Aber er hat so viel auch wieder kreiert, gearbeitet für die Mannschaft. Er ist ein sehr, sehr fleißiger Stürmer. Ich denke, auch er hat heute eine wirklich gute Leistung gezeigt. Dann geht es in der zweiten Reihe weiter. Ja, Edin, ihr habt heute einen sehr, oder es sah zumindest im Spielverlauf so aus, einen sehr, sehr passiven Ansatz auf dem Platz gehabt. War das so der Plan oder hat sich das einfach durch das Spiel so ergeben? Ist mehr aktuell mit der Mannschaft nicht möglich? Kannst du so ein bisschen die Gedanken dahinter erläutern? Nein, wir haben keinen passiven Ansatz gewählt, sondern wir wollten heute noch höher anlaufen und aggressiver verteidigen, als wir es noch am Wochenende gegen Leverkusen getan haben. Und er soll aus dem 3-4-3 mehr Druck auf den Ball erzeugen. Ich glaube, das war besonders in den ersten 20, 25 Minuten ein Spiel mit ganz wenigen Torchancen. Was dann aber zu diesem Eindruck geführt hat, war einfach die Anzahl an unnötigen Ballverlusten, die wir hatten in der eigenen Spielhälfte. Und dadurch wuchs die Verunsicherung in unserer Mannschaft. Und dadurch wuchs die Sicherheit, die Stuttgart dann ausstrahlen konnte. Sie haben es dann eiskalt ausgenutzt. Und das hatte uns heute gar nicht gefallen. Dann eine Reihe weiter hinten. Der DFB-Pokal, gerade jetzt gerade in dieser Saison, ist die größte Titelchance für euch gewesen. Wie extrem schmerzhaft ist das dann, wenn man diese Chance jetzt so einfach wegwirft heute? Ja, natürlich sehr enttäuschend, weil wir wissen, dass das der kürzeste Weg ist zu einem Titel. Aber wir wissen auch, dass er hart ist. Wir hatten heute eine schwere Aufgabe hier in Stuttgart. Da sind wir nicht gerecht geworden. Und dadurch ist es verdient, dass Stuttgart weiter um den Pokal kämpfen darf und wir nicht. Herr Hoeneß, Glückwunsch zum Sieg. Ein Kommentar zur Leistung von Dan-Axel-Sagadou heute, als auch so ein bisschen aus den vergangenen Wochen. Ja, zu Daxa wurde ich das eine oder andere Mal gefragt, was meistens ein Zeichen dafür ist, dass er gute Leistung zeigt und das macht er. Das hat er heute auch wieder gemacht. Er ist unglaublich präsent, kopfballstark, auch am Boden für die Größe, macht das gut. Und auch mit Ball ist er trotz Größe sehr, sehr versiert und trägt dazu auch bei, dass wir aufbauen können von hinten, dass wir Kontrolle haben über den Ballbesitz. Und ja, auch heute habe ich Daxo in einer richtig guten Verfassung gesehen. Gibt es noch eine Frage von Felix Arnold, auch nochmal ganz hinten. Ja, Maxi Mittelstädt hat sich gerade sehr offensiv geäußert. Er würde als gebürtiger Berliner gerne das Pokalfinale in Berlin spielen. Vielleicht zunächst mal, wie haben Sie seine Leistung heute gesehen? Er ist ja Man of the Match geworden. Und schließen Sie sich seinem Wunsch da an, was Berlin angeht? Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir stehen jetzt im Viertelfinale. Also jetzt brauchen wir auch über nichts anderes mehr sprechen. Und trotzdem müssen wir jetzt natürlich mal die Auslosung abwarten, müssen mal schauen, was da kommt. Aber da wird sich wahrscheinlich dann auch nichts ändern. Jetzt sind es noch zwei Spiele zu gehen. Letztes Jahr waren wir im Halbfinale. Da war die Konstellation natürlich nochmal ein bisschen eine andere. Da weiß man gar nicht im Nachhinein, ob es vielleicht besser war, dass man nicht ins Finale kam. Weil es sonst zwischen den Relegationsspielen stattgefunden hätte. Dieses Jahr hoffen wir, dass wir über solche Themen nicht nachdenken müssen. Aber wir haben jetzt erstmal eine Runde dann zu spielen. Auch da wieder Runde für Runde. Aber ich kann Maxis Munsch oder möglicherweise auch Traum teilen, in Berlin Pokalfinale zu spielen. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt nach dem anderen. Maxi hat ein überragendes Spiel gemacht. Ich finde, dass er allgemein in einer richtig, richtig guten Verfassung ist. Er hat hinten viele, viele Zweikämpfe gewonnen. Und er hat heute wieder eine überragende Aktion gehabt, wo er den Ball durchsteckt zu Silas. Ich glaube auch, das erste Tor leitet er mit einem mit dem Pass zu Enzo. Genauso einen Steckpass hatte er letzte Woche schon gegen Bremen, wo Silas noch verzieht. Maxi macht seine Sache schon richtig gut. Und ich hoffe, dass er dabei bleibt, dass er gesund bleibt. Dann können wir noch viel erwarten von ihm. Dann geht es hier weiter. Ihr habt vier Spieler heute verloren. Gerade haben wir gesehen, wie Julian Rias und Ankrücken durch die Mixung gingen. Das sah gar nicht gut aus. Kannst du zu ihm und zu einer anderen Nähe was sagen? Für ein Update fehlt uns die genaue Diagnose. Da müssen wir den morgigen Tag abwarten. Dann der erste, der verletzungsbedingte Runter musste, war Yusufa, der einen Stich gespürt hat im hinteren Oberschenkel. Dann war es Marius, der sich dann bis zur Halbzeitpause durchgequält hatte, nachdem er umgeknickt ist mit dem Sprunggelenk. Marcel Savica hat einen Schlag in die Wade bekommen, hat dann auch noch lange versucht und getestet in der Halbzeitpause. Aber er konnte nicht weiterspielen. Und dann die unglückliche Situation ganz zum Schluss mit Julian Rias, der sich das Knie bei der Landung verdreht hat. Und da müssen wir abwarten. Wir drücken einfach allen die Daumen, dass sie ganz schnell wieder gesund werden. Hier noch eine Frage. Ich würde gerne noch mal auf das System zu sprechen kommen und auf die Ausrichtung. Du hast gerade gesagt, dass ihr dann sehr verunsichert wart nach den ersten Ballverlusten und gerade dann auch im Rückstand. Warum habt ihr dann nicht noch mal von draußen eingegriffen, das System verändert? Warum habt ihr an dem Plan beibehalten? Das ist nicht ganz richtig. Also das Erste ist, dass wir schon zum Schluss hin umgestellt haben auf eine Viererkette mit Emre, ganz klar auf der Sechs und dann im 4-3-3, wo wir dann noch mal versucht haben, mehr Risiko zu gehen. In dem Wissen, dass sie natürlich besonders bei Kontern extrem gefährlich sind mit ihren schnellen Leuten. Die Grundüberlegung war einfach, mehr Druck im Zentrum zu haben und immer wieder mit den äußeren Innenverteidigern, also mit den Dreierkettenspielern durchzuschieben, durchzustechen und da Druck zu erzeugen. Und die Verunsicherung wuchs nicht dadurch, dass wir defensiv die Stabilität nicht hatten, sondern es wuchs dadurch, dass wir viel zu viele Bälle abgegeben haben und dann viel zu häufig hinterherlaufen mussten. Und all die guten Balleroberungen, die waren dann nach fünf Sekunden wieder zunichte gemacht worden, indem wir den Ball einfach weggegeben haben. Wir haben dann nicht miteinander kombiniert, sondern haben den Ball einfach weggespielt und wollten damit nichts mehr zu tun haben. Und dadurch wuchs die Verunsicherung und dadurch hatten wir gar keine Ballbesitzphasen mehr. Und das ist das, was uns gestört hat, weil es dann ab der 58., 59. Minute kurz vor dem Abseits-Tor und kurz danach, da hat man gemerkt, was möglich gewesen ist, wenn man sich zeigt, aktiv, wenn man sein Mitspieler unterstützt im Ballbesitz, wenn man aggressiv nach vorne verteidigt. Und dann hatten wir eine gute Phase erwischt, aber leider und viel zu wenig und viel zu selten.